Ich weiß es nicht, ob Schalke das so erwartet hat. Ich habe viel vorher gehört von Wunschlos und dass sie das gut finden, nach hier zu kommen. Ich bin einfach froh, einfach Kompliment an die Mannschaft, wie wir das heute genommen haben, mit welcher Manier. Ich glaube auch mit welcher Mentalität. Das, was ich eigentlich aus Deutschland kenne, haben wir heute gemacht. Da bin ich einfach sehr, sehr stolz drauf, vor allem auf diese junge Mannschaft. Ich glaube, heute hätte man es ein bisschen sicherer machen können, damit 3-0 oder 4-0, dann wäre es, glaube ich, eine Top-Ausgangsposition gewesen. So ist es eine gute Ausgangsposition, aber ich glaube, man darf das alles nicht unterschätzen. In Schalke zu spielen, ist alles andere als leicht. Und nochmals, den halben Weg sind wir gegangen und den anderen müssen wir auch noch gehen. Ich glaube, das ist einfach die Ajax-Manier. Das ist kein Problem, ob du heim oder auswärts spielst. Wir wollen einfach so Fußball spielen, nicht ängstlich sein, nach vorne spielen, guten Fußball spielen und dann auch auf so eine Art und Weise gewinnen am besten.